Das Blatt mit unseren Regeln hast du gelesen? Mhm. Heimleiter ist scheiße. Hallo! Hallo! Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns hier über irgendetwas freuen können. Ja? Wir haben nämlich versagt. Ein Straßenkind Hier, kennst du die? Eine unkonventionelle Erzieherin Emma! Emma! Hast du sie umgebracht? Und eine verhängnisvolle Freundschaft Puppe Samstag, 20.15 Uhr auf S1 oritmutter S3 Tomat S5 3 Vielen Dank.